Und damit Willkommen in Part 12. Wir haben nun, ich hab schon den Namen wieder vergessen, was wir gerade entdeckt haben. Ich hab schon den Namen wieder vergessen, was wir gerade entdeckt haben. Genau, und da machen wir jetzt die Quests. Das habe ich nämlich auch in einem Let's Play, habe ich mich versucht zu helfen. Und da kommt schon einer, der mich nicht mag. Oh ja, das zieht echt gut rein, muss ich sagen. Ist ja geil. Hammerhart. So, die kann ich ja mitnehmen, ne? Die ist sogar besser als weiter. Den Rüst würde ich mitnehmen, aber nicht anziehen, weil du was ja für Zauberer als was. Das zum Beispiel auch? Ja, würde ich auch mitnehmen. Alles, was doppelt sagt, das du jetzt, ne? Ja, das kann man ja eigentlich auch nicht sagen, weil manch, das ist dann Gewicht 2 und ist nur 4 wert, das lohnt sich dann auch nicht. Irgendwas schießt hier noch. Ja, dazu dürften noch zwei Gegner irgendwo sein. Aber nicht gern einfach rein. Wohlstürz, Hügel, Qua. Und nun sehen Sie den Ladebildschirm. Weißt du, ich glaube, im Part 5 oder so habe ich immer gesagt, oh, wir sind immer noch Stufe 1. Weil ich dachte, der geht nicht weiter, dieser Balkaner. Aber, und dann sagst du mir, ich muss irgendwas skillen und dann, oh, wir sind Stufe 4. Tja, so schnell geht's. Ach, die kann ich auch schon durch Suche mitnehmen, aber das lohnt sich nicht, glaube ich. Doch, das ist für Alchemie, das würde ich mitnehmen. Wieviel kann ich eigentlich noch tragen? Ups. Ja, geht noch. Also, die doch mitnehmen? Ja. Okay, ich werde das mit dem Alchemie wahrscheinlich eh nicht checken. Ich mache da noch ein Video auf meinem Kanal, kannst du dir ja anschauen, wenn du willst. Ja. Töten, ne? Ja. Das ist so lustig. Das ist effektiver, als wenn ich da 3-4 Mal draufschlage. So. Bei diesen Banditen würde ich immer nur die Rüstung mitnehmen und das reicht eigentlich. Und Gold halt, ne? Ja. Na gut, die drehe ich hier nämlich auch mit. Ja, klar. Die würde ich immer mitnehmen. So. Wahrscheinlich da runter, ne? Moment, da war eine Truhe hinter dir. Ach so. Ach so, jetzt muss ich diesen Scheiß wieder machen. Einfach alles mitnehmen, das ist ja meistens immer sehr gut, was da drin ist, ne? Ich guck noch mal hier. Kessel. Ah, hier liegt noch einer. So. Oh, ich wollte gerade sagen, da war einer, da habe ich mich gerade erschrocken, ey. Nix drinne. Nix drinne. Nix drinne. Mann, no. Also, das mit den Quests werde ich bestimmt nie verstehen so richtig. Ich werde wahrscheinlich einfach nur dumm rumlaufen in der Welt und dann versuchen irgendwie zu leveln. Und dann irgendwann merke ich so, ah, da ist eine Quest, ich habe sie abgeschlossen. Also, was mir halt wichtig ist, ist wahrscheinlich mit diesem, ähm, Leinentuch, brauche ich das? Nee, brauchst du nicht. Okay. Ähm, dass ich halt ein Haus habe, weil sowas mag ich so, Haus und Kinder adoptieren, das ist schon cool. Ja, das stimmt. Sind die dann auch, sind die dann auch die ganze Zeit in dem Haus drin, ne? Ja. Oh, da ist noch einer. Oh, schade, ich dachte, ich hätte so'n, ich könnte so'n, äh, Hintenschleichhandgriff machen. Kannst du aber nicht mit Zauber, sondern nur, äh, mit, äh, Einhandwaffen oder so. Irgendwo waren hier noch Gegner, habe ich gerade in der Karte irgendwie gesehen, glaube ich. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich nicht so zufrieden bin. Warum habe ich den denn jetzt überhaupt umgelegt? Das hat mir jetzt irgendwie gar nichts gebracht, glaube ich, oder? Das ist ein Rätsel, muss ich mal umschauen, ein bisschen. Okay, das kriege ich schon. Alles in dem Raum. Alles in dem Raum, okay. Nichts vorsagen. Nein, ich probiere es. Das hat was mit Bildern zu tun, mehr sage ich nicht. Bilder. Bilder von dir. So, hier ist erstmal so'n Ding wieder. Hm. Ja, du hast es ja schon mal gespielt, deswegen weißt du das bestimmt. Ja. So. Eine Sache hast du schon mal rausgefunden, aber wie musst du es sortieren? Schau nochmal genau hin, nach oben, ein Stück, bevor du den... Nein, rechts. Du sollst mir das nicht vorsagen. Ja, so. Hätte ich jetzt gesehen. Okay, gut, muss ich doch nochmal gucken. Sag mal, werde ich beklopft? Das sind doch zwei Bilder, ne? Einmal eine Schlange und ein Delfin. So. Und dann ist hier nochmal eine Schlange. Okay, wir versuchen das nochmal anders. Wir machen mal Schlange, Schlange, Delfin. Oh, bin ich gut. Wow. Und jetzt machen wir das Tor wieder zu. Tschüssi. Schade, dass man Skyrim echt nicht zu zweit spielen kann. Das wäre echt so geil. Ja, das stimmt. Es gibt zwar einen Mod, das so... Es gibt so einen Online-Mod, aber den habe ich nur nicht getestet. Achso, ach echt? Ja. Okay. Ja, kann man ja mal gucken, ne? Soll ich das mitnehmen? Weil das ist 60 vielleicht, glaube ich. So. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir mal weiter. Boah, ich habe mich halb erschrocken. Sind das Katzen? Ach, sie sollte ich mitnehmen, glaube ich. Genau. Jetzt liegen die hier natürlich alle so ein bisschen scheiße aufeinander. Oha. Schon wieder so eine Rolle. Nein-Tuch. Schwaches Gift. Das ist alles voll viel wert. Irgendjemand ist da, den ich retten muss, glaube ich. Mach da mal deine Flammen drauf auf die Spinnennetze. Nein, hinter dir. Da, wo du eben brauchst. Genau. Dürfte eine Truhe sein. Ah. Cool. Woher weißt du das? Ja, weil ich das Spiel schon so oft gespielt habe. Achso, schon so oft. Na denn. Cool. Ich habe nur den Schatten gesehen. Ich fand das lustig. Jetzt musst du zur Waffe wechseln. Warum habe ich die Waffe schon wieder nicht drin? Oh, jetzt hat er mich getroffen. Die Arsch. Ach ja, weil wir ja das Schwert nehmen. Doch, das Schwert. Stimmt schon. Das Schwert, ne? Ja. Nein! Ich habe es klein gelassen. Ich wollte es eigentlich. Ja, das so kommt. Dann, weißt du. So geht es dann los. Oh, komm schon. So, I. Nochmal. Waffen. E, ne? Oh Gott. Ja. Und Favorit war F. Genau. Oh, Mann. Es ist tot. So, ich heile mich mal. Und du kannst Level ab, oder? Nee, nur nicht. Ja, glaube ich schon. Das lockert sich. Ich kann es spüren. Oh. Oh. So. Warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Hat er das gerade schon mir gesagt? Ja. Ich sollte es ihn umbringen. Schnell. Ich wollte es schon gerade sagen. Ich dachte schon, hä? Lol. Das Tagebuch würde ich mitnehmen und mal lesen. Sonst kommst du später vielleicht nicht weiter. Die sind sehr leicht dafür. Ja, ich kann die ja mitnehmen. Und dann verkaufen. Ich habe nichts mehr übrig. Oh, oh. Du hast aber keinen Machen als im Heilen. Nimm mich über den Drang zu. Ja. Äh, warte. Wo mache ich das nochmal? Da war dann. Döööö. Nein. Nein. Fast ganz unten. Vorletztes. Genau. Ich nehme mal den hier. Da habe ich noch ein bisschen was. I, ne? Zwei nehmen, ja. So. Der hatte irgend so Magiker-Dings an. Stimmt, Heilung kostet ja nicht mehr so viel, ne? War ja irgendwas. Gut, das bringt mir gar nichts, das Ding. Warte mal. Von hier bin ich gekommen. So. Dann war das hier, das Viech noch. Gut. So. Aufpassen, Falle. Ich habe es schon gerade gesehen. Ähm. Du kannst rüberspringen über den Knopf. Oh. Wow. So ein Glück. Oh mein Gott. Ich dachte, ich wollte da extra drauf treten, damit sie entsperrt wird. Einfach vorbeilaufen. Aua. Da habe ich jetzt aber Schwein gehabt, glaube ich, ne? Da war jetzt aber wirklich sehr knapp. Boah, der ist aber stark. Oh Mann, und da ist auch noch einer. Ah, ich brauche gar nicht so nah rangehen. Kann das nicht? Ne, du brauchst doch nicht. Es ist ja... Ach lol, ich kann das von weit machen. Ja, und du kannst Stufe aufsteigen. Ja, ich kann schon sehr viel aufsteigen. Das habe ich gerade schon gesehen. Das wollte ich gerade sagen. So. So, also Kuh und Magie. Oh, jetzt speichert der erstmal. Ist aber auch gut so. Ich habe, glaube ich, alle 15 Minuten oder sowas. Das passt ja dann. Tja, Leute. Es sind schon wieder 15 Minuten gleich um. So. Äh. Ne, Quatsch. Mit Kuh und dann neue Stufe. Genau. So, dann soll ich am besten jetzt mal nochmal Gesundheit, ne? Ne, ich würde... Oder Magie, ja, Magie, ja. Ja, Magie, ja. So. Jetzt gehen wir auf Zerstörung. Ah, Moment. Wo war die da? Ach, so mit weh, genau. Und dann rechts doppelter Zauber. Das würde ich skillen. Die Effekte viel Wirkungsvoller. Cool. Das sieht jetzt auch anders aus, wenn du links und rechts klickst machst. Mit Flammen. Ah, ja, geil. Okay. So. Oh Gott. Das sind ja mehrere. Die sagen gerade... Muss ich da echt durch? Zeitverlangsamungszauber. Oh. Okay, ich habe es überlebt. So. Okay. Wäre das One-Hit oder hätte ich dann nur ein bisschen Leben verloren? Na, du hättest nur ein bisschen was verloren. So, okay. Ah, ich vergesse immer, dass ich gar nicht so nah ran muss. Knochenmehl? Würde ich mitnehmen, ja. Ist ja eh nicht so schwer. Aufpassen, wenn du auf dem Boden Flammen machst, brennt jetzt alles. Weil es Öl ist. Ja, ich sehe das schon. Oh. Dann gebe ich ihn eine linke. So. So geht das. So geht das. Links, rechts, Mann. So. Oha. Aua. Au. Au. Kann ich auch mit beiden Zaubern lenken. Lol. Dann hätten wir auch mehr. Ja. Ist sehr geil. Das ist cool. Du kannst auch zwei Schwerter in die Hand nehmen, wenn du willst. Das weiß ich. Das hatte ich ja schon in den ersten Parts und so. Da habe ich schon gesehen. So rechts, links. Das ist gruselig. Ist das Öl dann jetzt weg? Ja. Ist ja lol. Bis zum nächsten Mal.